Heinz Erhardt, Schauspieler, 1909-1979, Wenderlandstraße 1 Heinz Erhardt, geboren am 20. Februar 1909 in Riga, verstorben am 5. Juni 1979 in Hamburg-Wellingsbüttel, war ein deutscher Komiker, Musiker, Entertainer, Schauspieler und Dichter. Leben Kindheit Der Sohn des deutsch-baltischen Kapellmeisters Gustl Erhardt wuchs größtenteils bei seinen Großeltern mütterlicherseits in der späteren lettischen Hauptstadt Riga auf, wo sein Großvater Paul Nelda ein Musikhaus führte. Über seinen Großvater kam Heinz Erhardt zum Klavierspiel. Zur Einschulung holte ihn seine Mutter nach St. Petersburg, wo er aber nur kurze Zeit blieb. 1919 nahm ihn sein Vater mit in das Deutsche Reich. Eine Zeit lang lebte er in der Wendings-Amarck bei Hannover bei der zweiten Frau seines Vaters, die nur neun Jahre älter war als er selbst. Von 1919 bis 1924 besuchte er ein Internat in Basinghausen bei Hannover und das Realgymnasium am Georgsplatz, die heutige Tellkampfschule. Danach kehrte er nach Riga zurück. Er hatte zwischenzeitlich 15 Schulwechsel hinter sich und bestand das Abitur nicht. 1924 bis 1926 besuchte er das Deutsche Gymnasium in Riga, wo er an einer Leinenspielgruppe teilnahm. Von 1926 bis 1928 besuchte er das Konservatorium in Leipzig und studierte dort Klavier und Komposition. Erhards Jugendtraum, Pianist zu werden, wurde aber für den Großeltern nicht unterstützt. Sein Großvater wollte, dass Erhard eine kaufmännische Ausbildung erhält und stellte ihn als Lehrling in seinem Musikhaus ein. 1935 heiratete Heinz Erhard die Tochter des italienischen Konsuls in St. Petersburg, Gilda Zanetti, 1913 bis 1987, die er, wie er schreibt, in einem Aufzug kennengelernt hatte. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Grit, 1986, verheiratete Berthold. Verena, 1940, verheiratete Harka. Gero, 1943. Und Marita, 1944, verheiratete Malicke. Gero Erhard wurde Kameramann und Regisseur. Erhards Enkel, Marek Erhard, ist Schauspieler. Karriere. 1928 bis 1938 arbeitete Erhard in Riga in der Kunst- und Musikalienhandlung des Großvaters Paul Nelda. In Riga trat er auch mit selbstkomponierten und komischen Texten und Liedern in den Kaffeehäusern der Stadt auf. 1937 trug er eigene Lieder in Programmen der Reichssender Königsberg und Danzig vor. 1938 holte Willi Schäfers Heinz Erhard in Berlin an das Kabarett der Komiker. Im Zweiten Weltkrieg wurde Erhard 1941 als Soldat einberufen. Bei zwei Musterungen war er durchgefallen. Bei der dritten kam er als Nichtschwimmer und Brillenträger nach Stralsund zur Marine, die für ihr Orchester einen Klavierspieler suchte. In der Folgezeit war er in verschiedenen Orten in der Truppenbetreuung tätig und hat nach der Grundausbildung nie mehr in der Waffe in der Hand gehabt. Während des Krieges schrieb er Friedensgedichte. Nach dem Krieg ließ sich Erhard mit seiner Familie in Hamburg-Wellingsbüttel nieder und arbeitete als Radiomoderator beim NWDR, der auch 1948 den Komponisten Erhard mit seiner Zehn-Pfennig-Oper ins Programm nahm. Seine größten Erfolge feierte er ab 1957 im Kino als Hauptfigur in den Filmkomödien wie »Der müde Theodor«, »Witwer mit fünf Töchtern«, »Der Haustüran«, »Immer die Radfahrer«, »Natürlich die Autofahrer« und »Was ist denn bloß mit Willi los?« Humor Erhards Humor baut in erster Linie auf Wortspielen und verdrehten Redewendungen auf. In dem Gedicht »Ganz zuletzt« bekannte er sich zu den Vorbildern Erich Kästner, Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz. In vielen seiner Filmrollen spielt er eine Art netten, aber etwas verwirrten und schüchternden Familienvater oder Onkel, der gerne Unsinn erzählt. Gleichzeitig versuchte er in seinen Filmen meist den typischen Deutschen aus der Zeit des Wirtschaftswunders darzustellen. Der deutsche Germanist Heinrich Dethering bezeichnete Erhard als einen Poeten, der es sich selbst und seinen Lesern nicht immer leicht gemacht hat, weil er es ihnen zu leicht machen wollte. Viele seiner Gedichte kreisen auf subtile Weise um die Themen Vergeblichkeit, Vergänglichkeit und Tod, sodass man sie auch dem Genre des schwarzen Humors zurechnen kann. Unter anderem diente er Otto Walkes und Willi Astor als Vorbild. Berühmt ist Heinz Erhard auch für seine zahlreichen witzigen Gedichte. Seine Darbietungen schlossen Klavierspiel, Intonierung und Tanz, meist im kleinen Format, mit ein, was sein Profil als Alleinunterhalter abrundete. Auch kamen viele Partnernummern, so etwa im Film mit Hans-Joachim Kuhlenkampf oder Peter Alexander und auf der Bühne mit Rudi Carell oder Odo Jürgens zustande. Ehrungen, Krankheit und Tod Am Ende der 1960er verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Häufig quälte er sich mit Herzrasen oder Fieber auf die Bühne. Am 11. Dezember 1971 erlitt Erhard einen Schlaganfall, bei dem das Sprachzentrum in seinem Gehirn derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er zwar lesen und verstehen, aber nicht mehr sprechen und schreiben konnte. Bedingt durch diese Aphasie zog er sich weitgehend ins Privatleben zurück. Zehntausende Genesungsbriefe gingen für ihn ein. 1978-79 arbeitete Heinz Erhard mit seinem Sohn Gero Erhard an der Fernsehfassung seiner komischen Oper »Noch ne Opa«, die er bereits in den 30er Jahren geschrieben hatte. Am 21. Februar 1979, einen Tag nach Heinz Erhards 70. Geburtstag, wurde diese Fernsehfassung nach 21 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit dabei waren viele Kollegen wie Paul Kuhn, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Rudolf Schock, Ilse Werner und Helga Feddersen. Sein Sohn Gero stand hinter der Kamera. Heinz Erhards Stimme wurde aus früheren Rundfunkaufnahmen hinzugemischt. In kurzen, eingeblendeten Szenen war Erhard selbst als amüsierter Dichter in einem Park auf einer Bank sitzen zu sehen. Von der 1972 veröffentlichten LP »Was bin ich wieder für ein Schelm« wurden bis 1978 über 200.000 Exemplare verkauft. Die Plattenfirma Teldeck und der Verlag Klemmner & Müller überreichten Heinz Erhard dafür am 31. Mai 1978 das goldene Gedicht. Eine kilogrammschwere Tafel mit Erhards Gedicht vom Blähboy. Dieser LP erschien auch 1985 auch in der DDR beim VEB »Deutsche Schallplatten« und war ebenfalls ein großer Erfolg. Am 1. Juni 1979 wurde Heinz Erhard das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland nachträglich zum 70. Geburtstag verliehen. Vier Tage später, am 5. Juni 1979, starb Erhard. Er wurde auf dem Hauptfriedhof in Ohlsdorf in Hamburg beigesetzt. Nachlass und Posthume-Ehrungen Im Nachlass von Heinz Erhard fanden sich zahlreiche Klavierkompositionen, die er zwischen 1925 und 1931 geschrieben hatte. 23 dieser Stücke wurden 1994 erstmals auf Tonträger veröffentlicht. Die Noten zu diesen Klavierstücken wurden zu seinem 100. Geburtstag 2009 erstmalig im Druck veröffentlicht. Heinz Erhard ist ein Stern, im Sterne der Satire »Walk of Fame« des Kabaretts in Mainz gewidmet. Der Platz in Göttingen, an dem Erhard in dem Film »Natürlich die Autofahrer« als Polizist Dobermann den Straßenverkehr regelte, wurde im Mai 2003 in »Heinz-Erhard-Platz« umbenannt. Im Jahre 2007 kam Heinz Erhard bei der Wahl zum besten deutschsprachigen Komiker in der ZDF-Sendung »Unsere besten Komiker und Co.« auf den zweiten Platz hinter Loriot. Auch in der »Unsere besten Schauspieler-Ausgabe« konnte er sich unter den ersten Szenen platzieren. 2009 schrieb John von Düffel das Theaterstück »Ich, Heinz-Erhard« zum 100. Geburtstag des Komikers als einen humorvollen Beitrag zur Integrationsdebatte. Die Titelrolle der Uraufführung am Staatstheater Oldenburg spielte Murat Jengina. Am 20. Februar 2010 wurde anlässlich Heinz Erhards 101. Geburtstag die bisher größte Ausstellung »Nochner Ausstellung« in Lutherstadt-Wittenberg eröffnet. Am 16. Juni 2010 wurde der »Heinz-Erhard-Park« in Hamburg-Wellingsbüttel eingeweiht. Anlässlich des 100. Geburtstages von Heinz Erhard im Februar 2009 hatten die Bezirksversammlung Wandsbeck und das Bezirksamt Wandsbeck bekannt gegeben, dass die in der Nähe seines ehemaligen Hauses gelegene Parkanlage in »Heinz-Erhard-Park« umbenannt werde. Zur Ehren von Heinz Erhard hat die Bezirksversammlung Wandsbeck zusätzlich Gedichttafeln mit seinen bekannten Versen im Park aufstellen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017